Hallo liebe Schüler und Schülerinnen, hier ist wieder euer Leo. Heute geht es um die Literatur der Weimarer Republik. Wir reden also von der Zeit zwischen ungefähr 1920 und 1930. In diesem Video werde ich euch etwas zu den historischen Umständen, den verschiedenen Formen, den wichtigen Autoren und Werken erzählen. Also, Vorwissen. Das Allerwichtigste, das man hier wissen sollte, sind die Umstände des Ersten Weltkriegs. Dass es einen Weltkrieg gab, werdet ihr sicherlich wissen. Dass dieser von 1914 bis 1918 dauerte sicherlich auch. Und dass es sich um einen Stellungskrieg handelte. Das heißt, viel Bewegung war er nicht. Für uns ist es aber wichtig, das Ende des Krieges im Hinterkopf zu behalten. Und zwar kapitulierte Deutschland bedingungslos. Die deutsche Führung wurde von den Siegermächten Frankreich, Großbritannien und Russland, der Triple Entente, zur Unterzeichnung des Friedensvertrags von Versailles, 1919 gezwungen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause